... mit Rubino, wie einen Rubin Iroso aus der Zanetta nach Continio. Vorgestellt von Stefan Liebener. ... Musik ... 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 Untertitelung. BR 2018 Rubino B, ein moderner Sportperle-Hengst, interessant gezogen und rubinierter Rumpelstein, mütterlicherseits nach Nenna Sandro, bestes Leistungsblut, das hat der Hengst auch schon bewiesen. Er war ein sehr besiegender Hengstleistungsprüfung im Jahr 2008 im Stadenbauer mit einem Dressurindex von 329. Er buckte und er war auch für uns Reservesieger, also ein sehr ausgeglichenes, korrektes Pferd, das sich sehr richtig zeigt und gut ansprechend von der anderen Sportperle-Modell Stuhl, gezüchtet von der Familie Witter in Besitzung auf Deckstation von Herrn Alfred Lutz aus Wien. Auch der Unterstand des Hengstes ist leistungskonsolidiert. Auch der Unterstand des Hengstes ist leistungskonsolidiert. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.